Du hast die Pille abgesetzt und möchtest ganz schnell schwanger werden? Dann hätte ich drei Tipps für dich. Der erste Tipp, nimm Folsäure. Folsäure schützt dein Erbgut und lässt dich schwanger werden. Der zweite Tipp, ernähre dich gesund. Eine gesunde Ernährung sorgt für ausreichend Vitamine und Mineralstoffe. Und der dritte Tipp, meide Alkohol und Nikotin. Beides sind Zellgifte, beides schaden im Schwangerschaftseintritt. Also gesunde Ernährung, kein Alkohol, kein Nikotin und Folsäure. Das wären die drei Tipps für mich. Wenn du mehr wissen möchtest, schreib mich gerne an oder verfolge mich auf Instagram, YouTube und TikTok.